moin was geht ab leute heute? ich habe jetzt schon so lange keine heute was geht ab leute mehr gesagt ich in letzter zeit echt ein bisschen beschäftigt bin aber wie versprochen heute machen wir mal ein bisschen was chilliges für unsere dji goggles weil dji digital diese dji digital v1 brille ist eine geile brille oder ich meine ja was soll ich dazu sagen natürlich ist sie geil so gut wie jeder hat sie so quasi dji ist ja wohl jetzt all over the place quasi aber jetzt sind natürlich ich meine der kampf der systeme früher war es analog versus digital hd 0 halt oder halt dji digital und da war für viele war der klare gewinner immer analog weil billiger und man kann es immer gebrauchen quasi immer kaufen immer hat irgendeiner irgendwas günstiges abzugeben dies das jenes für die einen war natürlich für freestyle das bedeutend bessere bild quasi auch gerade in bandus und sowas war das bessere bild natürlich geiler wenn du eine dji brille aufhattest der neuste und greatest und latest shit und so jetzt mittlerweile sieht das aber alles ein bisschen anders aus dji hat immer noch das digitale system klar jetzt mit der o3 was natürlich richtig gut ist schönes bild auf jeden fall walksnail ist im kommen und hat den markt förmlich überflutet mit brillen und vx modulen und billigen vtx und videosender was weiß ich während dji naja die haben mit ein juni draus gebracht eine neue brille und das warst dann auch erst mal während andere firmen richtig hinten dran sind also die versuchen natürlich zu pushen zu pushen zu pushen die neue hd 0 brille die hat ja wohl alles analog hd 0 was immer besser wird also es gefällt mir mittlerweile auch richtig gut hdmin hdmi out dies das jenes blablabla wifi hier und sowas und natürlich sind die analogen brillen auch um einiges um welten besser ja mit dicken olets und die ganzen foxer t-rex runcam und wie sie alle heißen sind ja mittlerweile echt geile kameras aber da sind wir natürlich als dji user so ein bisschen ich würde mal sagen boah wie sag ich das jetzt ja wir sind gefickt ja es ist so dass du die dji v1 oder v2 gekauft mit der v2 hast du natürlich noch das glück dass du dir jetzt die o3s raufnageln kannst und kannst die benutzen aber was ist mit uns das ist mit den leuten die an ihrer dji digitalen brille v1 festhalten die sagen sie verkaufen lohnt sich nicht mehr was kriegst du dafür noch 380 euro vielleicht gerade weil die auch keine fancy antenne hat oder so und ich dachte mir so ich würde gerne das worksnell digital system ausprobieren ohne meine gesamte copter flotte quasi umbauen zu müssen ich habe wirklich lange überlegt habe mir gedacht im worksnell discord rumgesucht mit leuten gequatscht und ich habe gesucht und gesucht und gesucht irgendwas muss man doch machen können und dann ist mir eingefallen das hier dieses kleine pinöchsel ding das war hier früher noch von diesem analogen adapter kennt ihr den noch den analogen adapter und genau damit arbeiten wir heute weil ich mir denke irgendwie muss das doch gehen das muss doch kompaktibel sein menschen kann mir doch nicht das kann mir doch keiner erzählen dass ich jetzt einfach eine alte brille habe und damit war es das tut mir leid kauft ihr noch ein paar caddix vista units und sowas oder dieses runcam link oder so ansonsten bist du im arsch ja das habe ich mir auch gedacht ganz lange und ganz viele haben mir das auch gesagt so dieses ja bro alter das ist jetzt halt das war's jetzt entweder du hast jetzt dji oder du musst dir eine neue brille kaufen und ich dachte mir so scheiße nein man das lasse ich überhaupt nicht über mich ergehen sozusagen ich will das irgendwie funktional machen ich möchte dieses modul das worksnell vrx modul an meine brille machen das soll an die brille gehen das machen wir jetzt natürlich auch und es geht und wie das geht ja das zeige ich euch jetzt natürlich gleich worksnell digital und dji zwei komplett fremde firmen obwohl sie alle aus dem selben haus gekommen sind quasi ja dji hat seine eigene suppe gekocht caddix hat mit gemischt so ein bisschen in den units und hat jetzt natürlich ein digitales system auf den markt gehauen was eine gute konkurrenz sein kann für dji muss ich ehrlich sagen das bild ist klasse die latenz wird immer besser auch von update zu update und allein dass caddix mit dem worksnell system noch keine wirklich vielen cams gemacht hat er so die vtx mäßigen dinger haben sich in der größe und sowas alles geändert für die 1s teil und sowas das potenzial ist so enorm riesig und caddix wird einen scheiß tun ja und das fallen lassen weil für dieses halt richtig kohle und übelster die sind nicht nur mit einem fuß im markt die sind tatsächlich mit sechs füßen drin und das problem an dem digitalen system von caddix ist natürlich die wollen alle hdmi out und die dji brille so traurig es klingt hat nur einen headphone jack analog in ja so wie wir es alle bei dem digitalen er bei dem analogen modul an der seite kennen da haben wir so einen kleinen gedüngsel gehabt quasi so ein augs inch kabel dings 3,5 mm klinke ist das glaube ich und die kommt hier an der seite rein und dann hat man sie in das modul reingesteckt die idee prima und hat super funktioniert aber es war scheiße weil wie soll ich das sagen der bildschirm in der dji digitalen brille ist schön ist halt ein lcd bildschirm aber mit dem analogen das sah halt nicht so schick aus würde ich sagen es sah halt alles nicht so schön aus darum haben das viele auch wieder verworfen ein paar haben es noch da haben sie mittlerweile das modul hier vorne sogar drin in dieser face platte quasi nicht face platte in diesem alu ding hier das kann man sich ja drucken da gibt es so viel scheiße ich wollte das aber nicht ich habe mir so die ganze zeit überlegt mache ich das modul vielleicht hier vorne dran fest auf dauer und verteile die kabel links und rechts oder so aber das wollte ich nicht darum habe ich mir dieses teil hier noch das habe ich hier dran gelassen erstens ist es dran und ich habe mir extra schrauben gekauft damit es gepasst hat oder sowas ich möchte dass das worksnail digital modul ja das vax hier reinzuschieben geht aber auch wieder raus ich möchte dass es rein und raus und rein und raus geht wisst ihr was ich meine weil ich main focus ist bei mir immer noch dji aber für kleine micros und woops und sowas die ich nicht dauerhaft fliege ich bin meistens immer nur mit meinem fünfzahl unterwegs aber wenn ich mein tiny book zu hause fliege ja dann würde ich mir gerne einfach das kleine modul an die seite machen ob ich jetzt nun analoges modul ran mache oder ein digitales modul ja es wird trotzdem leider aussehen als ob du auf dem 4k fernseher n 64 anschließt aber es ist möglich ich habe ausprobiert und das funktioniert als allererstes als allererstes war natürlich die frage und das ist die wichtigste frage gewesen dieses bromance hdmi das ist analog muss irgendwas machen das geht nicht du kannst auch das hdmi kabel nicht auseinander schneiden und irgendwie da rein es wird nicht funktionieren ich habe das internet durchsucht und durchforstet ich habe wirklich alle möglichkeiten alles versucht in erwägung zu ziehen also habe ich mir ganz einfach ein hdmi to analog converter gekauft der hier was hat der gekostet 5 euro oder so der ist scheiße ich fand den vom formfaktor nicht so blöd nicht so gut weil ich mir dachte dann könnte man ja hinten dran machen irgendwie geht das bestimmt schon so und vielleicht hier ein kabel basteln und ein hdmi kabel rüber das wäre schon mal gut gewesen das wäre schon mal sehr gut gewesen dann habe ich weiter gesucht ja wirklich wirklich weiter gesucht habe mir diesen analogen adapter gekauft und den fand ich schon ein bisschen besser gerade wegen dieser form man könnte ja diesen hdmi to analog adapter hdmi to av irgendwie irgendwie hier dran kleben und basteln einfach basteln irgendwas mit dem kabel und hier hinten irgendwas dran dass man das so an die seite der brille machen könnte einfach so quasi dann ein riesen klumpen ja und das hat aber nicht so ganz funktioniert da fand ich natürlich ich fand das nicht so schön ja es war unpraktisch die kabel sind groß man hätte viel basteln müssen und ich habe weiter gesucht und ich habe weiter gesucht und weiter gesucht und weiter und weiter und immer weiter und immer weiter aliexpress banggood ich habe alles durchgeguckt und dann habe ich den perfekten hdmi to analog adapter gekauft ich habe ihn gefunden ich habe ihn gesehen ich habe mich in ihn verliebt und habe ihn gekauft und er ist so groß dass meine freunde ist der einzige wirklich gute hdmi adapter der funktioniert er ist nur so groß wie ein usb stick ein kleines hdmi kabel hdmi anschluss dingens und hier ist eine ganz kleine audioklinke wo habe ich das kleine kabel hier habe ich das kleine kabel das kleine kabel weil das natürlich nicht damit bei gewesen passt perfekt hier hinten rein und jetzt dachte ich mir so wie macht man das wie machen wir das ganz einfach wir drucken ja darum sind wir sind nerds wir haben 3d drucker und ich habe mit denis aus dem discord lange gequatscht viel gezeichnet und sowas da ist es das ist das perfekte 3d druckstück für den adapter es ist super einfach wer das 3d gedruckte gedöns haben möchte unten in der video beschreibung ist ein discord link im discord werden ihr da kommt ja die datei quasi da müsst ihr einfach mal fragen und so dann muss ich die mal hochladen irgendwo oder sowas aber vorerst müsst ihr sie euch im discord holen die wird auch noch ein bisschen überarbeitet das ist alles nur prototyp mäßig und sowas wir werden auf jeden fall gucken dass das in irgendeiner form mal ein bisschen weiterentwickelt wird aber erstmal funktioniert und wir werden jetzt ganz einfach sagen so dieses jahr wie machen wir das denn jetzt wie machen wir das ich will auch das vrx nicht so sehr auseinander bauen dass man vielleicht am ende gar nicht mehr benutzen kann das wäre irgendwie blöde oder weil ganz ehrlich vielleicht will ich sie am ende gar nicht mehr und ich denke mir so verkaufen und dann hole ich mir doch irgendwann eine walksnay brille und so darum ist das vrx schonend quasi also es geht nicht kaputt und ihr müsst auch an eurer brille an eurer brille müsst ihr auch nichts verändern nicht rumschrauben oder sowas also ist cool oder also ich finde die idee cool also machen wir das einzig vernünftige jetzt wir nehmen unser bier wir nehmen unseren komischen kleinen analogen adapter zu dem ich natürlich noch ein bisschen mehr erzähle schmeißen uns an die werkbank dann machen das ding fertig oder ich hoffe ihr freut euch drauf wir sehen uns und wir probieren das jetzt gleich so leute das boxner vrx an die dj brille jetzt legen wir erstmal ein bisschen los als allererstes brauchen wir unser 3d druck stück nicht so drauf gucken ich habe das vorhin erst ausgedruckt das ist jetzt nicht so gut ich habe hier und da ist noch ein bisschen was das ist wie gesagt noch so der bisschen der prototyp das ging jetzt einfach nur darum ich wollte es unbedingt testen und ich hatte irgendwie auch gar kein book mehr zu worten darum habe ich das jetzt einfach nur mal schnell ausgedruckt ich habe es in pla gedruckt das hat bei mir nicht so gut funktioniert irgendwie das ist dann gebrochen jetzt habe ich mal aus tpu probiert einfach nur zu gucken man könnte es vielleicht auch noch aus anderen materialien drucken die nicht brechen das wäre schon mal ein bisschen gut aber ich habe jetzt leider nur tpu darum bin ich da so ein bisschen naja ich komme halt nicht so weit damit es geht wird aber funktionieren es war auch quasi schon mal hat zusammengebaut jetzt müssen wir es erstmal angucken auf jeden fall das ist das 3d druckteil ist es nicht es ist jetzt nichts besonderes ja und wir brauchen dieses teil hier dieses teil hier habt ihr wenn ihr den analogen adapter hier an benutzt das passt nämlich perfekt hier oben rein ich glaube das ist falsch rum richtig rum so doch so tut mir leid so das passt nämlich perfekt rein wir nehmen jetzt dieses teil hier als allererstes erst mal machen die schräubchen ab klar schrauben müssen ab und es passt nämlich perfekt es wird perfekt auf das 3d druckteil passen hier sind schrauben drinnen löcher drinnen meine ich und dann können wir das hier drauf schrauben so jetzt haben wir das einfach hier dran geschraubt wir haben natürlich die ursprünglichen schrauben genommen dies auch bei dem analogen modul gab und jetzt könnt ihr das einfach hier dran machen so einfach und auch wieder abmachen dran ab dran ab also es ist auch ganz cool so ich fand die idee schon übelst geil dass man überhaupt das modul wechseln kann und man nicht damit gefangen ist es ist natürlich die frage wie machen wir unseren kleinen hdmi to analog adapter hier dran und das ist eigentlich super einfach wir machen als allererstes müssen wir unser modul nehmen und wir müssen diese zwei unteren schrauben abmachen und die hier oben die unteren schrauben ich habe hier mal eine rausgemacht die ist natürlich relativ kurz aber die kann man einfach austauschen ihr braucht auf jeden fall für hier unten weitaus längere schrauben als die originalen allererstes habe ich natürlich erstmal hier oben die schraube rausgemacht für die hier oben braucht ihr wahrscheinlich auch glaube ich eine längere ich glaube ich habe hier sogar schon eine längere drinnen wie gesagt das war natürlich alles schon mal probe halber zusammen gebastelt ich würde aber empfehlen doch jetzt wenn ich mich so dran erinnere ihr müsst auf jeden fall hier oben auch eine längere aber es ist einfach nur eine ganz einfach kleine m2 schraube die hat so gut wie jeder müsste man ja eigentlich zu hause haben quasi als bastler und in diesem 3d druckteil sind natürlich schon vorgefertigte kleine löcher wo die jeweiligen schrauben dann durchkommen das geht auch relativ simpel eigentlich einfach rein quetschen durch die das ist extra so design dass die schrauben dann auch nicht raus rutschen und jetzt kommen wir zum eigentlichen part denn wir müssen unser analoges hdmi adapter gedöns nehmen und in richtung hdmi so quasi kommt das dann am ende das ist nämlich am besten das habe ich schon echt lange überlegt so ein bisschen so beiseite schieben dann geht das eigentlich schon zum fixieren des ganzen nehme ich so vom double side tape das ist gibt es in teddy oder action mark oder wo auch immer und das gibt es das gibt es in schwarz ich glaube sogar in transparent oder so keine ahnung prinzipiell gesehen einfach wirklich ein ganz ganz kleinen streifen das zeug klebt wie sau ich glaube das gibt es sogar im edeka in diesen billigen 1 euro regalen und dann nehmt ihr einfach euren admi adapter und macht einen ganz ganz kleinen streifen hier unten dran das ist wirklich nur zum fixieren und den klebt ihr jetzt so halb mittig hier drauf ungefähr ungefähr so so sieht das schön aus zusätzlich nehmt ihr dann natürlich noch ein ganz kleines stück das ihr einfach nur hier oben rein legt einfach nur zum fixieren nie verkehrt das legt ihr hier einfach rein das folie abmachen dann hält nämlich auch alles schön sicher und ordentlich und das schraubt ihr jetzt einfach hier so fest und weil wir jetzt die magic von youtube machen dass das alles richtig fest ist ich habe natürlich mal wieder das lächerlichste werkzeug was man für sowas haben kann bei der schraubenlänge da müsst ihr gucken was für euch am besten passt was ihr habt ich habe auch ehrlich gesagt einfach nur in meiner exorbitanten schrauben packung die hier liegen habe einfach nur raus gesucht was ich am ende wirklich gebrauchen kann was irgendwie gehalten hat auch mit den kleinen schrauben hier unten an der seite da habe ich auch nur geguckt dass das so ungefähr alles passt was mir auch gerade aufgefallen ist dass die hier unten jetzt kreuz sind was natürlich naja nicht so suboptimal ist weil ich hasse das eigentlich schrauben zu mixen aber das geht schon hauptsache es wird am ende schön fest schön stabil nicht zu sehr reinschrauben wir wollen ja auch das kleine gewinde da drinnen nicht überdrehen wie ihr jetzt aber seht passt das eigentlich alles richtig gut rein mit meinen schrauben das sind eigentlich auch selbst schneidende schrauben vorher drin gewesen ich habe jetzt einfach so ein m2 gewinde genommen das hat auch gut reingepasst da ich es natürlich leider in tpu gedruckt habe ist es jetzt hier ein bisschen durchgebogen ihr solltet es auf jeden fall in einem etwas härteren material drucken aber es fällt trotzdem nicht raus es geht also würdet ihr es jetzt in abs oder wie auch immer die alle heißen drucken ist es natürlich schön fest dran ich werde mir auf jeden fall noch mal eins drucken oder drucken lassen je nachdem was für ein material es ist damit das dann auch hält aber so ungefähr ist jetzt natürlich das endergebnis jetzt natürlich noch die frage bro hdmi du hast was vergessen natürlich nicht es gibt auf amazon jede menge von diesen 4k uhd adaptern ihr steckt natürlich erstmal den ersten adapter ganz easy rein hier oben einfach reinstecken und jetzt könnt ihr hier an der seite gucken ihr könnt es vielleicht auch noch wenn ihr es vielleicht ein bisschen enger haben wollt alle so dass das nicht so viel rumhängen könnt ihr es auch drehen rumpacken und hier vielleicht ein ein bisschen zusammenziehen und das war es so blöde wie es klingt aber das war es meine freunde und jetzt natürlich noch zum test ja ihr wollt natürlich noch sehen ich meine latenz ist da ja ich habe noch nicht wirklich getestet wie viel latenz nun wir haben es einmal geflogen und da kam es mir so vor schwer auszurechnen so ich konnte damit fliegen ich habe es nicht wirklich gemerkt wir machen natürlich noch test wir werden auch natürlich noch ein paar andere piloten damit fliegen lassen das machen wir natürlich jetzt nicht heute erstmal war eine bastelstunde aber ich wollte euch nur mal zeigen dass es funktioniert und und dass es geht racen würde ich damit wahrscheinlich nicht wollen aber ein bisschen freestylen tiny boob fliegen oder irgendwas das wird schon gehen jetzt aber zu der ganzen funktionalen sache jetzt schiebt ihr das hier einfach rein guckt euch das rein und es sitzt an der brille es sitzt einfach dran jetzt von oben sieht es natürlich mega dumm aus ist klar es sieht wirklich dumm aus ich weiß dass es dumm aussieht wir wissen alle dass es dumm aussieht das ist groß es ist klobig es ist ein riesen ding an der seite dran aber es funktioniert jetzt nehmen wir uns natürlich noch das originale kleine kabel hier und einmal klick ganz einfach und wir drehen es hier unten dran und klick ja und da cadix ja super mitgedacht hat in der sache kommt natürlich zum vax noch so ein split kabel das split kabel könnt ihr dann auch quasi direkt hier dran lassen einmal so und einmal hier runter und dann nehmt ihr einfach euer ganz normales hdmi kabel ganz normales power kabel das setzte hier dran also ich habe das power kabel meistens immer hier durch die obere kopfschlaufe so damit mir das nicht so im weg hängt und dann so einfach rein gemacht ist eigentlich irrelevant ob es jetzt nun direkt rein geht oder ob es hier erst dran geht und wir schnappen uns einen akku ich fliege immer mit den 4s dingern und einfach rein die brille ist super laut und startet das vrx modul startet natürlich auch wir warten jetzt noch ein bisschen bis die dj brille ein bisschen geladen ist kann man das sehen ich versuche es mal so zu dass ich euch das zeigen kann es ist natürlich ganz schön schwer ich muss wahrscheinlich mal hier ein bisschen herangehen aber da könnt ihr sehen player und hast du nicht gesehen modus das vrx ist natürlich an das seht ihr ja und jetzt muss ich mal ich muss gleichzeitig auf die knöpfe drücken und gleichzeitig da haben wir hier und wir gehen auf einstellungen und dann müssen wir auf einstellungen mal gucken hier unten av in dort gehen wir drauf und da seht ihr es ich drücke mal hier den den na hier das menü knöpfe ich damit ihr mal sehen könnt wie es ist und da haben wir das volksnail ich muss es ein bisschen ran machen und schon haben wir das volksnail modul krams an eure brille angeschlossen meine brille ist hier ein bisschen tabak krümelig und so tut mir leid und da haben wir das modul also ihr könnt auch sehen das ist alles funktioniert ich weiß gar nicht wie das modul geht ich kann auch jetzt wirklich nicht wirklich modul machen weil ich gar nicht sehe was ich hier drücke aber wir können auch mal wieder rausgehen hier können wir nicht ach jetzt ach irgendwas keine ahnung auf jeden fall warte mal ich versuche es nochmal richtig ranzuhalten so leute ein bisschen wackelig aber hier wie ihr seht ich kann alles verstellen ist jetzt kein vtx angeschlossen ihr seht ach tut mir leid ihr seht aber auch dass das bild wenn ihr so die ränder seht dass es natürlich signifikant kleiner ist also es ist kleiner aber es ist scharf es sieht ordentlich aus und es wirkt so ein bisschen wie ein n 64 an einem 4k fernseher angeschlossen da unten ist das ist die batterie anzeige entschuldigung da unten in der ecke ist die batterie anzeige von der brille und die volksnail anzeige zeigt 15 volt da unten zeigt 14,6 merkwürdig merkwürdig wer weiß was da richtig ist ja das ist auf jeden fall der umbau so funktioniert es und wir werden es auf jeden fall testen das geile an der sache ist ja jetzt aber auch das wollte ich euch noch gleich mal sagen aber das erkläre ich euch gleich wir sehen uns gleich nochmal wieder so jetzt nochmal schnell die kamera umgestellt weil ich euch das natürlich nochmal so ein bisschen zeigen wollte also es läuft noch ich mach es mal aus damit ich hier nicht meine akkus leer mache nein spaß ich mach es mal aus muss ja nicht unnötig laufen das ist der mod ganz einfach leute so sieht es aus es sieht übelst dumm aus oder wenn man so auf der brille ist so es sieht natürlich blöd aus klar aber ich meine wenn man jetzt mal so bedenkt dass leute ungefähr genauso groß ist ein vernünftiges analog modul gewesen an der seite ja ein rapid fire mit großen antennen ist ja nichts anderes fragen ja haut bitte raus in die kommentare schreibt mich auf discord an was ihr davon haltet habt ihr ideen möchtet ihr an diesem projekt mitwirken habt ihr irgendwelche verbesserungsvorschläge lasst es mich wissen das würde mich mega interessieren gerade weil es so viele machen das und so viele haben auch schon andere kram sachen gemacht und ich möchte halt gerne auch möchte einfach mich nicht nicht so einsperren lassen von dj das geht aber gar nicht ich entscheide was ich an meine brille mache und das hier das hier fand ich einfach geil ich fand die idee halt geil und es ist halt mega cool es ist hier dieses zack und zack und ab und dann steckst du es in die tasche ja und fliegst mit deinem 5 zoll main copter und wenn du denkst du oh guck mal hier krass man habe ich kleine to speak oder sowas holst du raus und machst einfach zack einfach die zwei kabelchen hier ran als ob du dir dein analoges modul an deine brille knallt und fertig was sagt ihr davon was haltet ihr davon es sieht gut aus es hält ja ich meine du wirst ja nicht über kopf aber selbst über kopf rutscht das nicht raus es wackelt nicht unnötig ich vertraue dir das ist ganz cool und wenn ihr jetzt denkt was ich auch schon fragen waren da bedenken waren groß wegen den patch antennen weil die ja jetzt auf diese ja ja aber ganz ehrlich du fliegst ja nicht dauerhaft vor dich hin das dauert in den bande oder sowas fliegst du direkt da rum dann bringe auch die patch antenne vorne gar nichts ja da musst du dich halt so hindrehen quasi also ich glaube da ist der der die art und weise wie die antennen hier dran sind ist es egal die latenz wird das eigentliche problem sein durch den kleinen wandler den wandler kann man hier auch noch in nst und pall und so umstellen ich weiß nicht was da besser ist ich weiß absolut nicht was besser wird der test noch zeigen machen wir alles noch ja ich bin begeistert was sagt ihr dazu ich bin auch übelst am labern ich weiß es ist bestimmt für so fünf minuten gebastelt es hat fünf minuten es hat mich wochen lang wochen lang habe ich mir im kopf zermürbt wie ich es mache ja und das ist das resultat ein mini hdmi to analog adapter und ein stücke 3d druck ja und drei neue schrauben also der aufwand ist echt nicht nicht so groß ne es ist auch gar nicht so schwer also es ist jetzt auch nicht wenn ich die jetzt so halte gehe ich schon doll auf die seite aber ist jetzt nicht so schwer also ein analoges modul ein rapid fire oder ein tbs was heißt denn das ding von tbs fusion ist genauso schwer also es kann man tragen es funktioniert meines erachtens vollkommen gut eine genaue latenzrechnung wie wir das machen schreibt mir mal in die kommentare wie kann ich das am besten machen um euch zu zeigen wie die latenz ist da bin ich auch voll raus aus so einer sache da keine ahnung wie ich das machen soll und auf meine worte wenn ich jetzt irgendwo fliege und sage ja hier habe ich ein bisschen latenz gemerkt ich meine wenn ich mit dem dji quad fliege und ich bin hinter zig bäumen da merke ich auch schon leicht so oder stottert und stottert aber wer weiß ob das mit dem mit dem tiny boop auch so ist keine ahnung ich habe keine ahnung aber wir werden das rausfinden meine freunde oder ich hoffe ihr es hat euch relativ gefallen und so ihr habt ideen die aus euch raus sprudeln die ihr mir mitteilen werdet das wäre nämlich total cool dass das würde ich echt echt cool finden wenn ihr die 3d druck die wenn ihr die 3d druck datei haben wollt schreibt mich den discord an denis ist da die ist bestimmt auch feedback und sowas auch sehr positiv also wenn ihr das wenn ihr was sagt und sagt das geht gar nicht oder mach es mal so oder mach es mal so oder man hätte auch noch tatsächlich die zwei hier auch ausweiten können links und rechts für mehr stabilität irgendwas lasst es nicht wissen ich würde mich wirklich freuen ansonsten vielen dank dass ihr zugeguckt habt dji kannst mich mal ich mache meine brille was ich will und für alle die innovativ und bock haben irgendwas zu machen denkt darüber nach es ist immer irgendwie möglich irgendwas zu basteln und so ich finde das viel cooler wenn man sich sein brain ein bisschen kaputt machen und sowas und einfach über irgendwas darüber nachdenken wie man etwas verbessern kann umbauen kann und einfach selbst ein bisschen kreativ sein ja dann seid leute weil nur so wird sich unser hobby entwickeln und nur so können wir keine ahnung spaß haben oder sowas ich hau jetzt ab das teste ich auf jeden fall noch und bis dahin erst mal reinhauen bis zum nächsten Mal